Grüß euch! Eva! Babsi! Wir sind die neuen Hauptorganisatoren vom 26. Internationalen Öl-Spargassen-Halbmarathon. Am 19. März 2017 um 10 Uhr. Walter Startschuss! Hey Babsi, was tut ihr beim Jürgen-Halbmarathon? Beim Halbmarathon ist alles begleicht geblieben. Weiterhin die drei Runden zu 7,1 Kilometer. Eine der schnellsten Halbmaradonstrecken Europas. Und was haben wir noch dazu? Im Start- und Lauflabsi drei Leute, jeder reint 7,1 Kilometer. Und ihr habt miteinander einen lässigen Halbmarathon. Und für unsere Hoppiläufer gibt es den EWW Powerline. 7,1 Kilometer, also auch unten. Und das ist eigentlich für jeden zu berücksichtigen. Wir möchten uns auch ganz herzlich bei unseren Sponsoren bedanken. Denn ohne euch war so ein Laufevent nicht möglich. Wir bedanken uns bei der Sparkasse Oberösterreich und EWW-Gruppe. Außerdem bei der Firma Rotax und bei Teamplayer. Der uns ermöglicht wird, dass jeder Läufer ein Funktionsshirt kriegt. Egal ob Halbmarathon, Staffel oder EWW Powerrun. Wir haben natürlich das Run-Together-Team wieder eingeladen und laufen auf einen neuen Streckenrekord. Und was gibt es nun, Stefan? Die Siegerierung findet bei uns im Festzelt bei der Afterround-Party statt. Und wenn ihr noch weitere Informationen braucht, könnt ihr euch die gerne holen unter www.wels-halbmarathon.at und wir freuen uns, wenn uns alle kommt. Denn unser Leitspruch ist Wir rennen, bis die Wahlen rennen und zum Außerschwitzen werden wir uns im Festzelt zusammensitzen. Wir müssen uns aufhören. Wir müssen uns aufhören, bis die Wahlen rein und wir schauen. Wir brauchen eine Sanfte, Bahnhofer, Ihre Alkmaß und unsereачung.